EU-Kommissionspräsident Juncker berichtet von Fortschritten bei den Brexit-Verhandlungen. Am 4. Dezember wird er den Stand mit Premierministerin May diskutieren. Ein Klick für den Datenschutz erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Drittanbietern nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server, Facebook, Google, Instagram, Twitter, etc. übertragen. Über den Datenschutz dieser Anbieter können Sie sich auf den jeweiligen Seiten informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in einem ZDF-Cookie. Diese Zustimmung können Sie in den Einstellungen unter Mein ZDF jederzeit widerrufen. Näheres dazu erfahren Sie in unserer Datenschutzerklärung. SoCAL Media Inhalte Anzeigen www.de-w-klas-gleich-tw-rapp-blog-quote-klas-gleich-twitter-twitt-detalang-gleich-de-aref-gleich-https-doppelpunkt-schrägstrich-schrägstrich-tw-it-ter.com-schrägstrich-a-unterstrich-geliehen-ek-schrägstrich-status-slash-a-slash-blog-quote-slash-de-w. SoCAL Media Inhalte Anzeigen